Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Stufe 4 des Prisoner, also des Gefangenen-Skins in Fortnite Battle Royale bekommen könnt. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da oder beziehungsweise und benutzt meinen Supporter Creator Code im Item Shop. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Um jetzt Stufe 4 freizuschalten, benutzt euren Skin, ihr habt ihn ja mittlerweile auf Stufe 3 und landet hier hinten ganz oben im nordöstlichen Teil der Karte, wo ich euch jetzt natürlich im Gameplay markiere. Dort gibt es so eine kleine Plattform mit so kleinen Kelchen außen herum, landet vor der Plattform, nicht in der Plattform, landet vor der Plattform und geht dann hinein und ihr verwandelt euch direkt in Stufe 4. Somit habt ihr auch endlich Stufe 4 freigeschalten, alle vier Stufen des Prisoner-Skins sind jetzt erhältlich und ihr könnt euch einfach aussuchen, welche ihr eben spielen wollt. Dankeschön fürs Gucken, Leute. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Euch allen schönen Tag und bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!